Ein wunderschönen herzlich willkommen bei unserem Aerobic Video heute wieder von der BKK, Vera Meissner und mir, der Lisa. Ihr habt eingeschaltet und wir machen jetzt schön ein Power Aerobic Workout. Als allererstes kommen wir erstmal an und marschieren ganz locker, lassen den Alltag einfach vor der Tür oder draußen, wo ihr gerade seid und kommen erstmal langsam an. Marschieren heißt, du rollst deinen ganzen Fuß ab und nimmst die Arme an der Seite mit. Locker, flockig marschieren. Wir gehen mal mit den Beinen jetzt. Auf, auf. Auf, auf. Erstmal locker ankommen. Dein Workout für dich zu Hause. Und noch eine Runde. Komm und auf, auf. Auf, auf. Auf, auf. Noch vier. Drei. Zwei. Anderes Bein. Komm. Auf, auf. Auf, auf, auf. Achte dabei darauf, dass deine Knie schön nach außen zeigen. Auf, auf. Auf, auf. Noch ein Ründchen. Komm. Noch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und wir bleiben hier. Marschieren. Beine sind geöffnet. Noch vier. Drei. Zwei. Bleib feste. Und wir wippen. Komm. Acht. Bleib dran. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Bleib jetzt feste. Und wir ziehen dann die Ferse hoch. Zieh. Zieh. Du wippst jetzt aber nicht hier mit, mit deinem Oberkörper, sondern du bist feste. Komm. Zieh. Zieh. Und das Ganze noch ein Tickchen schneller. Komm. Und zieh. 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 Denk dran, über dem großen Zeh abzurollen. Komm. Hepp. 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 Noch. Vier. Drei. Zwei. Und wieder wippen. Komm. Die Oberschenkelmuskeln. Die spürst du schon. Denk dran. Du machst das für dich. Noch vier. Drei. Zwei. Und bleib unten. Wir marschieren. Komm. Komm. Das Ganze wieder eins schneller. Also. Zu. Zu. Auf. Zu. Zu. Auf. Auf. Zu. Zu. Auf. Zu. Zu. Auf. Bleib geschlossen. Wir ziehen. Wir ziehen mal nur die Fersen hoch. Arme an der Seite mitnehmen. Über dem großen Zeh abrollen. Jetzt kreisen wir dabei die Schultern. Komm. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Arme wieder an der Seite mitnehmen. Beine bleiben. Komm. Schön abrollen. Denk dran. Nicht zur Seite. Sondern nach vorne. Das Knie geht immer in die Richtung deiner Fußspitzen. Vier. Drei. Zwei. Und marschieren. Sehr gut. Erste Aufwärmung hast du schon geschafft. Jetzt kommen wir zum richtigen Teil langsam. Vier. Drei. Zwei. Wir gehen in Step Touch. Step Touch heißt einfach immer ein Schritt. Und du pushst dich nach oben, wenn du zur Seite gehst. Zack. 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 Vier. Drei. Zwei. Arme nach oben. Komm. Hepp. Hepp. Schulterblätter zusammen. Noch vier. Drei. Zwei. V-Step. Und vor, vor. Vor, vor. Vor, vor. Noch vier. Drei. Zwei. Beinwechsel. Komm. Vor, vor. Vor, vor. Vor, vor. Und noch vier. Drei. Zwei. Wieder am Anfang. Step Touch. Komm. Hepp. Arme hoch. Nicht vergessen. Und noch vier. Drei. Zwei. Und wieder ins V-Step. Vor, vor. Vor, vor. Vor, vor. Noch vier. Drei. Zwei. Zeit. Du zeigst die Arme zur Seite und boxen. Hepp. Hepp. Und da kannst du mal was heute vielleicht nicht so toll war. Mal richtig wegboxen. Das ist dein Feierabend. Dein Workout. Komm. Vier. Drei. Zwei. Wieder von vorne. Step Touch. Hepp. Hepp. Uh. Sehr gut. Wir sind schon richtig gut drin. Arme wieder nach oben. Habe ich schon wieder hier. Verschlafen. Vier. Drei. Zwei. V-Step. Komm. Vor, vor. Vor, vor. Die Beine öffnen vorne. Denk daran. Noch vier. Vier. Zwei. Und Side to Side mit Boxen. Komm. Hepp. 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 Noch vier. Drei. Zwei. Leg Curl. Das heißt Ferse zum Po. Komm. Hepp. Hepp. Unsere kleine Einheit. Kleine Feine. Noch vier. Drei. Zwei. Wieder von vorne. Step Touch. Komm. Hepp. 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 Vier. Drei. Zwei. V-Step. Komm. Vor, vor. Vor, vor. Noch vier. Drei. Zwei. Side to Side. Und Boxen. Yeah. Noch vier. Drei. Zwei. Und Leg Curl. Zack. Zack. Super. Noch vier. Drei. Zwei. Noch eine Runde. Step Touch. Da geht noch was. Komm. Vier. Drei. Zwei. Und V-Step. Und vor, vor. Vor, vor. Denk dran. Du hast eingeschaltet. Du haltest durch. Hältst durch. Position Kick. Äh, Boxen. Kicken vielleicht auch mal, wenn ihr Frust habt. Und noch vier. Drei. Zwei. Leg Curl. Komm. Hap. 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 Wir kürzen jetzt das Ganze auf Singles. Zusammen. Komm. Vier. Drei. Zwei. Step Touch. Zusammen. Und eins. Zwei. V-Step. Eins. Zwei. Und. Boxen. Leg Curl. Leg Curl. Leg Curl. Leg Curl. Vier. Drei. Zwei. Step Touch. Und eins. Zwei. Drei. Und V. Komm. Eins. Zwei. Drei. Und Boxen. Eins. Zwei. Drei. Leg Curl. Eins. Zwei. Step Touch. Nochmal. Komm. Hap. 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 Leg Curl. Side to side. Boxen. Zack. 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 Leg Curl. Noch eine Runde. Dranbleiben. Step Touch. Und V-Step. Komm. Vor. Vor. Und side to side. Zack. 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 Leg Curl. Juhu. Letzte Runde für alle. Step Touch. V-Step. Komm vor. Komm. Vor. Vor. Und side to side. Boxen. Hap. 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 Leg Curl. Juhu. Wir springen. Spring Seil. Und ein bisschen den Kopf entspannen. Wir haben eine richtige Kojo geschafft. Wuhu. Sehr gut. Jetzt machen wir nochmal was, um den Puls richtig hoch zu bringen. Aber ein bisschen Entspannung für den Kopf. Und Hampe Männer. Komm. Sehr gut. Noch. Vier. Drei. Zwei. Jetzt ziehen wir das Knie nach oben. Und hoch. 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 Vier. Drei. Zwei. Und wechsel. Komm. Hoch. 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 Vier. Drei. Zwei. Wechseln und kürzen. Nur viermal. Vier. Drei. Zwei. Und wechsel. Komm. Vier. Drei. Zwei. Und wechsel. Komm. Vier. Drei. Zwei. Wechsel. Vier. Drei. Zwei. Hampel Männer. Komm. Sehr gut. Tief durchatmen. Dein Workout. Dein Körper. Sei stolz, dass du was für dich tust. Vier. Drei. Zwei. Nochmal lecker lang. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und wechsel. Und acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Das Ganze kürzen. Auf. Vier. Drei. Zwei. Und wechsel. Komm. Vier. Drei. Zwei. Wechsel. Und vier. Drei. Zwei. Wechsel. Vier. Drei. Zwei. Und Singles. Komm. Zieh. 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 Noch vier. Drei. Zwei. Humpelmänner. Letzte Runde. Tief durchatmen. Denkt an die Kojo nochmal von gerade. Und die ziehen wir jetzt nochmal einmal durch. Und dann habt ihr es geschafft. Okay? Bleibt in den Humpelmännern. Wir starten dann mit dem Step Touch. V-Step. Side to Side. Und mit dem Leg Curl. Für euch. Komm. Dranbleiben. Wir fangen an mit dem Step Touch. In. Vier. Drei. Zwei. Und Step Touch. Eins. Zwei. Drei. V-Step. Vor. 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 Side to Side. Hap. 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 Leg Curl. Komm. Nochmal. Und Step Touch. Eins. Zwei. Drei. V-Step. Bleib dran. Komm. Zur Seite. Boxen. Hap. 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 Und Leg Curl. Zack. Zack. Nochmal Step Touch. Woo. Und V-Step. Seite to Side mit Boxen. Komm. Hap. 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 Leg Curl. Bleib hier. Und die letzten. Vier. Drei. Zwei. Und Marschieren. Ihr habt es geschafft. Euer Aerobic Workout. Sehr schön. Ihr habt was getan. Und das für euch. Ganz der BKK. Folgt einfach uns auf unseren Channel. Hilfe, Hilfe. Wir freuen uns auf jedes Einschalten. Und bleibt fit zu Hause.